Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich ein Gras, so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer, und dann muss du wissen, was ich tue. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kraken sitzt auch werktags rein, und wenn er weiß, was ich bei einer Dame schicke, dann sage ich nicht nein. Da will er hinter seinen Kopf oben und verbleibst ganz allgemein. Sicher scheint er um die ganze Nacht, sicher wird das Boden am Oberbett gewacht, aber weiter kann nicht sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte ich nicht nur hinlegen, ja, da könnte ich nicht nur hinlegen, ja, da könnte ich nicht nur hinlegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020